Ich finde es einfach toll, so eine Kampagne zu unterstützen, weil ich glaube, dass wir in der Zeit einfach merken, dass wir alle mehr zusammenhalten müssen, dass das Menschliche wirklich mehr im Vordergrund steht und ich glaube, dass während der ganzen Zeit das alleweil wichtiger geworden ist. Für mich bedeutet das Zeichen so etwas wie ein Check, also abgehackt und zwar, dass man einfach mal für sich selber kontrolliert hat, habe ich alle Leute gefragt, die mir wichtig seien, wie es ihnen geht und habe ich das erledigt sozusagen. Habe ich für mich das Zeichen.